Die Art, wie unsere Welt, unsere Gesellschaften mit Assange umgehen, diesem Whistleblower, der uns mal mit der Wahrheit vertraut gemacht hat, die ist wirklich ein Abbild von unserer Situation. Wenn das Schule macht, dann kommen wirklich schlimme Zeiten auf uns zu. Wenn die, die die Wahrheit verkünden und mal rauslassen, wenn die abgestraft werden und dann keine Solidarität und keine Hilfe bekommen und die, die sie überführt haben, wirklich krimineller Taten, völlig unbelastet, unbelangt weiteragieren dürfen, kommen wirklich Schlimmes auf uns zu. Insofern wäre es wirklich ein Gebot der Stunde, dafür Solidarität zu sorgen und dem zu helfen, Julian Assange. Wenn das nicht passiert, können wir nicht erwarten, dass noch mal irgendwer es wagt, uns die Wahrheit zu sagen über die Situation, in der wir sind. Also insofern wäre das wirklich ein Gebot der Stunde.